Jetzt bin ich gespannt wifür er los ist. Wir fangen wieder bei C an. 1 zu 3, 1 zu 3, los gehts. Team, stack up. Hör mal die Tür rein. Ich weiss nie, die könnten überall stehen auf einmal. Dann juggelt genauso wieder da her. Und sichert dann da herunter. Und Hopps geht wieder da herunter. Okay, los gehts. Aha, auf einmal steht er da. So, habe ich es doch gewusst. Einer steht da hinten, einer steht da. Und da unten steht eine Person. Einmal da hin. Gehst einmal da hin. Na, das letzte ist nicht so gut. Wir machen uns erst den Raum nur fertig, bevor wir die nächsten aufmachen. Hier und zwar. Hier zwei, hier. Geht das. Einmal so und dann. Und so. Okay, einer wieder weniger. Phase 3 Jetzt geht's besser So wascht schon wieder durch Einfach durch waschen Also durch russen Einmal da hin Einmal da hin Einmal da hin Und einmal da raus Dann müsste ja eigentlich schon die Tür offen sein Da hin Nee du nicht Du gehst zuerst da raus Und deckst runter während du schonmal da vorgehst Dir den Schnaps Roger So das wird funktionieren Ja Sir Hallo schieß noch einmal Ach zu spät Schade Joe hat ein wenig was kassiert da vorne Aber dafür ist der erledigt Da hinten ist niemand Da hinten sind drei Es sind vier Personen in diesem Raum Wenn wir jetzt ziemlich sicher Granate reinwerfen Egal von wie Ja, Sir. Check your corners. Roger. Kritisch in den Rücken geschossen. Zwei weniger. Hat doch funktioniert. Du schnappst da den. Du gehst dann doch hoch. Du schnappst. Consider it done. Okay, aber du hast noch nichts zu tun. Ich würde spontan sagen, du gibst eine Rückendeckung. Wenn Faisal stürmt gleich mal da her, schau was dort rum los ist. Ich will nicht, dass uns hinten jemand in den Rücken fällt. Da drüben ist leer. Okay. Phase 6. Faisal rennt da her. Schau sich das mal an. Roger. Da war mein, da drin könnte ja noch wer sein. Einmal so, einmal so. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Der Militär macht da die Tür auf und geht dann wieder zurück. Und schaut, ob da sonst noch was ist. Und weiter geht's. Ich habe es geschafft. Da ist niemand. Drin ist niemand. Eins, zwei, drei, vier. Alles überschaubar. Alles überschaubar. Das ist jetzt. Einmal so. Das ist eine Kurve. Und vom Dorf ist nicht zwischendrin. Der drüfte weg sein. Denn die haben nicht die massive Verteidigung. Oder brauchen wir einfach zigmal mehr Schaden. Da unten ist jemand. Got it. Amour soul, amour soul. Done. Einmal so und dann so. Der da muss auch weg sein. Da oben ist niemand. Der wird vielleicht verletzt. Der muss weg sein. Der ist schwer verletzt. Petri ist aber ebenfalls schwer verletzt. Bleib scharf. Ah, der hat allerdings ein bisschen runtergescharf. On it. Mit Joe geht's gut. Einmal so, einmal so. Got it. Betri ist auf jeden Fall außerhalb von der Gefahr. Du bleibst so. Joe weiss was zu tun hat. Und du bleibst auch so. Und weiter geht's. Aha, der ist nicht rausgerannt. Der hat, der da unten hat beide erledigt. Das ist gut. Das ist gut. Der hat, der da unten. Das gibt's doch nicht. Der ahne kann einfach so und zwar niederknäulen. Ahne. Du bleibst da, machst das dann mit der Schrotflinte Und Joe macht Unterstützungsfeier Dann müsst ihr ihn treffen Das ist das, ihr habt alles was zu tun Das Unterstützungsfeier ist extrem ungenau, kommt mir vor Obwohl er dann mehr schaden macht Wenigstens kann sich der da hinten nicht bewegen Darum kann das vielleicht zu hoher machen Ja, geht sicher aus Ach, kann er echt durch eine niedrige Decken durchschießen? Consider it done Du nimmst dir jetzt auch mal ein kleines Medi-Beg Done Yes, Sir Also es wird sogar auf normal ziemlich schwer werden Merke schon Ähm, nee, so nicht Ja, okay Und dann auch Treffe ich den noch? Nein Roger Done Done Ich werde lieber mal nichts riskieren Ja, Herr Du kannst eigentlich wieder Unterstützungsfeier machen Genau Und du kannst uns einfach ganz gemütlich nachgedackelt Das wird jetzt versuchen etwas schöner einzufungern Also die taktischen Beweggründe sind wirklich enorm Check Check Es geht um Du hast ihn auf dem Schussfeld du nimmst ihn da so ins kreuzfeuer ach was du bleibst einfach mal da hinten du bist eh verletzt komm schießt 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 endlich sehr klar wenigstens geschafft also sogar auf normal merken wir jetzt echt schon den unterschied was bist du denn ok können wir uns noch später anschauen wir brauchen auf er zuerst einmal geld wenn hops du nimmst du kriegst bald den nächsten berg das wird gut du hast mehr genauigkeit etwas mehr bewegung nächste general joe du bist so eigentlich ganz gut einfach nur viel genauer ok und das war die letzte mission von der türkei dann können wir uns gleich wieder ein paar brutzelmaschinen holen und hoffen dass wir sie nicht verbrauchen davon haben auch zwei die kostet nicht so viel gut 700 haben wir noch für die waffen da können wir uns nichts leisten vom grip könnten wir uns die lichter erhöhen auch die genauigkeit ok ich wollte aber was für die schrotflinte holen muss ich zugeben äh der hat nur abzug und gas system aber da können wir uns jetzt nichts leisten und abzug können wir uns auch nichts leisten ok es erhöht dann nur die die schussgeschwindigkeit der erhöht das ist aber lauter und ist langsamer etwas leiser der ist nicht schlecht den holen wir uns für die schrotflinte so geht doch ich muss gerade mal schauen wer hat das jetzt joe hat das ich möchte nur mal schauen ob das so weg geht angequippt wie schaust du damit aus ja so habe ich mir das eher vorgestellt als es gekauft hat man gut zurück weiter geht's ab nach china ja 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 ja